Vielen Dank. Hallauer, wuchtige Nase nach überreifen Walderdbeeren und Quitten, Bielersee, Twann, sehr schön, Bündner Herrschaft, Malanzer, Jeninser, Mayenfelder, Zitzerser, Unterfatzer, Fläscher, Bärliweine, Blauburgunder, Grauburgunder, Eiswein, Federweisser, alles Weine, bei denen die Säure die erste Geige spielt, lang und frisch im Aufenthalt, schöner Abgang, Top Sonneneinstrahlung, Föhnlage, tolles Potenzial. Und die Föhrlein, sie ziehen und fügel wieder her, nur der Mensch bald, der fortgeht, der Mensch bald, der fortgeht, Dem Tourismus in Graubünden, meine Damen und Herren, ging es nicht immer so rosig. Ich weiß nicht, ist Ihnen der Begriff Januarloch noch geläufig? In dem Hotel in Sils Maria, wo ich aufgewachsen bin, jedenfalls war die Gästesituation manchmal im Januar prekär, mit vier Gästen, während drei Wochen bei 95 Angestellten. Mein Vater hat aus Freude über jede einzelne Januarbestellung eine gute Flasche Wein aus dem Keller an den Familientisch geholt. Die Hoteliers haben dann auf ihre individuelle Art und Weise versucht, dieses Loch zu stopfen. Die einen haben die Speisekarte verbessert, andere den Weinkeller vergrößert. Wir haben ein Hallenbad gebaut. Jetzt liegt Sils Maria in den Bergen. Das Hotel ist auf Fels gebaut und für den Aushub des Schwimmbeckens musste sehr viel Fels weggesprengt werden. Ich war damals zwölfjährig, durfte bei der Sprengung dabei sein. Und mit meinem ersten Tonbandgerät habe ich die Sprengung für Sie aufgezeichnet. Moment. Moment. Vielen Dank. 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 Und so weiter geht's mit einem hübschen Titel aus meinem Repertoire. Ich verwöhne Sie mit einem leckeren Wissen aus Süddeutschland. Bis zum nächsten Mal. Und so weiter geht's. 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 Wir kommen jetzt zu einem. Und so weiter geht's. 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 Und so weiter geht's.